Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Micronet Platinum 4WR 800 RAID Speicher Array wiederherstellen und wie Sie Dateien nach einem versättlichen Lotion oder RAID-Ausfall wiederherstellen können. Platinum RAID ist eine vielseitige, kostengünstige Speicherlosung, die Sie in verschiedenen Konfigurationen einsetzen können, als lokale Speichergerät, als dedizierte Workstation, die an Ihren Server angeschlossen ist und als Backup-Station. Diese Art der Lagerung ist beliebt, weil sie eine kostengünstige und zuverlässige Lösung ist. Mit der RAID-Technologie können mehrere Laufwerke in ein einziges Laufwerk und Wand werden, was eine völlig tolerante Speicherung ermöglicht. Reinspeicher ermöglichen es den Benutzer auch weitere Laufwerke hinzufügen, um die Speicherkapazität zu erweitern oder ein ausgefallene Laufwerk zu ersetzen, ohne dass Daten verloren gehen. Über allen Speichergeräten kann es jedoch zu Ausfällen kommen und Sie verlieren den Zugriff auf die auf den Festplatten gespercherten Daten. Bei der RAID-Technologie werden die Daten auf mehrere Festplatten in einem RAID verteilt und wenn das Gerät ausfällt, können Sie die Datei nicht ohne Software eines Dienstanbieters von der Festplatte abrufen. In diesem Fall benötigen Sie ein RAID-Datenwiedererstellungsprogramm, das Ihnen dabei hilft, das System wiederherzustellen und die Dateien zurückzuholen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie Dateien nach einem versetzlichen Gerät loschen oder RAID-Ausfall aus dem Mikronet zurückholen können. Um ein allgemeines Verständnis für den Aufbau eines Festplatten-Arrays zu erlangen, sehen wir uns an, wie man ein RAID-Lever 5 auf diesem Gerätetyp erstellt. Um ein RAID-Array auf einem bestimmten Speichergerät zu erstellen, müssen Sie sich in die Systemsteuerung des Speichers begegnen. Starten Sie dazu einen beliebigen Browser und navigieren Sie zur Registerungsadresse des Gerätes. Geben Sie die IP-Adresse des Gerätes in die Adressleiste ein. Um sich anzumelden, müssen Sie einen Administrator-Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. Der Standardwert ist admin, das Kennwort bleibt leer. Nach dem einloggen, gelangen Sie zum Speicherkontrollfeld. Gehen Sie dann zur RAID-Z-Funktion, RAID-Z erstellen. Wählen Sie im Fenster auf der rechten Seite die Laufwerke aus, aus denen Sie ein RAID erstellen möchten. Legen Sie den Namen fest, bestätigen Sie den Vorgang, Konfigur-Operation und klicken Sie auf Submit. Es wurde ein RAID erstellt. Der nächste Schritt besteht darin, ein Volumen zu erstellen. Gehen Sie zur Volumen-Z-Funktion, Volumen-Z erstellen. Wählen Sie RAID-Senden. Geben Sie die Parameter des Festplatten-Arrays, den Namen, den RAID-Typ und andere Einstellungen an. Markieren Sie das Kontroll-Kätzchen zur Bestätigung und senden Sie es ab. Das Volumen wurde erstellt. Jetzt müssen Sie nur noch darauf warten, dass es die Initialisierung abschließt und einsatzbereit ist. Nun muss das RAID nur noch in der Datenträgerverwaltung portioniert werden. Es wird hier als separates physisches Laufwerk angezeigt. Wenn Sie verzeichnete Daten von einem Mikronet-Rät-Array, das an Ihrem PC angeschlossen ist, gelöscht haben, kann die Heckmann praktische Recovery Software Ihnen helfen, diese wiederherzustellen. Für eine einfache Loschung aus dem RAID müssen Sie die Laufwerke nicht auf dem Speicher entfernen und direkt an die Hauptplätine des PKs anschließen. Bei dieser Art des Loschungs müssen Sie nur das Programm starten und den Datenträger, von dem wichtige Daten gelöscht wurden, scannen. Um die Suche nach gelöschten Dateien zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, Schnellscan oder Verstellungsanalyse. Es wird empfohlen, mit der Schnellsuche zu beginnen, da diese weniger Zeit in Anspruch nimmt und in den meisten unkomplizierten Wiedererstellungssituationen hilfreich ist. All nächstes öffnen Sie den Ordner, der die gelöschten Dateien enthielt. Wie Sie in meinem Fall sehen können, hat das Programm die gelöschten Dateien auf dem RAID-Light gefunden. Sie sehen ein rotes Kreuz darauf. Sie können den Inhalt aller Dateien im Vorschausfenster sehen. Markieren Sie das Kätzchen zum Wiedererstellen und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiedererstellen. Wählen Sie aus, wo Sie die Daten speichern möchten, zum Beispiel auf Werk, Ordnung und klicken Sie auf Wiedererstellen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem Verzeichnis, das Sie zuvor angegeben haben. Aber was tun Sie, wenn Ihr Speichergerät ausfällt? Gerätspeicher können aus verschiedenen Gründen ausfallen. Ein Stromausfall oder ein plötzlicher Stromumstoß, Überhitzung und gemässer Abschaltung, Virenbefall oder bösartige Software. Unsach gemässer Konfiguration oder Benutzerfälle. Fehler des Betriebssystems, Ausfall des Heart Controllers, Systemausfall, Laufwerkausfall usw. Ein beschädigtes oder zerstörtes Raid kann nicht wiedergestellt werden, ohne die Festplatte zu formatieren. Das Raid muss neu konfiguriert werden, damit es wieder funktioniert, was den Verlust aller darauf gesparteten Daten zur Folge hat. Falls Sie den Zugriff auf Ihre Raid-Daten aufgrund eines Geräteausfalls, einer Fällekonfiguration oder eines Raid-Wiederaufbaus verloren haben, laden Sie die Raid-Daten-Wiedererstellungssoftware, Hackment Raid Recovery herunter. Schalten Sie den Raid-Speicher aus und entfernen Sie alle Festplatten, bevor Sie den Wiedererstellungsprozess starten. Achten Sie auf die Reifenfolge, indem sie eingebaut werden, damit Sie sie später nicht verwechseln. Schließen Sie dann alle Laufwerke über USB oder SATA an Ihren Windows-PC an. Wenn Ihre Hauptlatine nicht über gemütliche Anschlüsse oder Stromverbindungen verfügt, verwenden Sie Adapter und Erweiterungen, die Sie auf dem Bildschirm zu sehen sind. Achten Sie vor allem darauf, dass Sie alle Laufwerke gleichzeitig anschließen, es sei dann, Sie verwenden Raids, bei dem Sie ein oder mehrere Laufwerke anschließen können. Hackment Raid Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und Raid-Typen. Es scannt automatisch die Laufwerke und baut das ausgefallene Raid wieder zusammen. Alle Raid-Informationen werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, sodass Sie überprüfen können, ob die Software Ihr Array korrekt erkannt hat. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Datenträger, um ihn zu öffnen. Wählen Sie die Erd der Analyse aus. Wie zuvor wird empfohlen, zunächst einen Schnell-Scan durchzuführen. Öffnen Sie den Ordner, in dem die wiederherzustellenden Informationen gespeichert waren. Markieren Sie alle benötigten Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Sprecherort und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, werden alle Dateien in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis abgelegt. Wenn die Software die benötigten Dateien nicht finden kann, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hautmenü. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Re-Analyse. Vollständige Analyse. Geben Sie den Dateisystem-Typ an und deaktivieren Sie das Kontrollkettchen Signatursuche und die Suche zu beschleunigen. Und denken Sie daran, wenn ein Fehler auftritt und Sie den Zugriff auf Ihre Dateien verlieren, versuchen Sie nicht, sie neu zu erstellen oder das Array neu konfigurieren. Jede weitere Array-Manipulation, die Sie vornehmen, kann die Möglichkeit Ihre Daten wiederherzustellen erheblich verringern. Weil Sie ein intuitiver Prozess aussieht, kann Ihnen vollständig zerstören und alle verbleibenden Informationen auslöschen. Infolgedessen wird eine Wiederherstellung unmöglich sein. Sie müssen die Laufwerke aus dem Array nehmen, um sie schnell wie möglich eine Wiederherstellung durchzuführen. So können Sie Ihre wichtige Daten wiederherzustellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.